André Zydro ist ein globaler Anbieter von Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke und einer der größten Anbieter im Markt für hydraulische Stromerzeugung. Das Laufrad für das Kraftwerk Grandixons wurde in Kriens gefertigt und ist das weltgrößte Pelton-Laufrad mit einem Durchmesser von 4,6 Metern und einem Gesamtgewicht von 29 Tonnen. André Zydro in der Schweiz ist auch das globale Kompetenzzenter für Pelton Wasserturbinen. Für alle Kundenbedürfnisse entwickeln und produzieren wir die passende Lösung. Den extrem hohen Anforderungen bezüglich Präzision, Design und Material werden wir dank modernsten Produktionsmitteln und bestens ausgebildeten Mitarbeitern gerecht. Die Herstellung von Pelton-Turbinen in dem patentierten Mikroguss-Herstellverfahren entspricht dem höchsten Qualitätsstandard. Wir sind Ihr Partner für den gesamten Lebenszyklus von Wasserkraftanlagen. Von der Projektierung über die Herstellung bis zur Inbetriebnahme. Und danach zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, auch für Wartung und Sanierungen. Als Lohnfertiger sind wir auch Partner für Maschinenbauer anderer Branchen, die Teile mit besonders hohen Ansprüchen benötigen. André Zydro in Kriens bildet regelmässig mehr als 30 Lernende aus und nimmt somit die soziale und volkswirtschaftliche Verantwortung wahr. Das ist eine Investition in die Zukunft, die sich lohnt. Und wir können somit unsere hochqualifizierten Arbeitsplätze selber ausbilden und besetzen. Mehr als 170 Jahre Erfahrung, stete Investitionen in Forschung und Entwicklung und hohe Innovationskraft machen uns zum bevorzugten Partner für nachhaltige hydraulische Energieerzeugung. 30.000 installierte Turbinen weltweit sprechen für sich. Die Erfolgsgeschichte in Kriens hat mit der ehemaligen Bell-Maschinenfabrik begonnen und wird heute durch die André Zydro weitergeführt. André Zydro Mit Wasserkraft zum nachhaltigen Erfolg.